Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video mit Timea. Ja, hallo. Heute sind wir bei Timeas Zuhause und heute malen wir. Ach, ich hab meine Papiere! Malen wir malen etwas und dann zeigen wir, welches besser ist vielleicht. Ja. Oder? Ja. Was wollen wir? Also, ich zeige mal unsere Stifte. Hier. Hier sind auch noch. Hier haben wir auch noch Stifte. Hier. Und hier. Und etwas seltsames bei dem schwarzen Filzstift ist, wenn ich hier male, dann macht er grün. Hä? Und hier oben. Ja. Ich hab noch hier. Oben in diesem Dings da. Hatte ich doch Zeit. Okay, dann würde ich sagen, let's go mit dem Malen. Und natürlich müssen wir noch überlegen, was wir malen möchten. Was möchten wir malen? Vielleicht. Vielleicht. Und oder? Keine Ahnung. Ich hab einfach keine Ahnung. Wie wär es mit, was wir wollen? Ja. Können wir. Zeichnen wir einfach, was wir wollen. Ja. Okay. Aber kannst du mir noch einen Bleistift geben? Weil sonst geht es nicht. Ja, ich suche noch einen. Ja, Timias Bruder ist auch gerade hier. Okay, dann let's go mit dem Zeichnen. So, wir haben den Blatt gewechselt. Wir haben vorher auch Butter gemacht. Die Butter ist gerade im Kühlschrank. Aber hier ist unsere Buttermilch. Was auch sehr cool ist. Und ja, dann würde ich sagen, zeichnen wir los. Und let's go. Ich mache Timelapse. Ich mache Timelapse für euch. Tschüss. Bis nachher. Ey Leute, guckt mal nach draußen. Guckt mal das Wetter an, Digga. Es hagelt und es windet. Mega. Seht ihr das? Ja, egal. Konzentrieren wir uns nicht aufs Wetter, sondern auf das Malen. Deine Wetter. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 So, ich bin fertig Und... Die Mia ist noch nicht fertig Und ich habe keine Ahnung, was sie gerade hier am Zeichen ist Ich habe keine Ahnung, was sie gerade hier am Zeichen ist Musik Bitte deinen Unterschrift nicht Überfinde Ich mache einfach nur meinen Ich mache einfach nur meinen Weil meine Mutter hat dir gesagt, ich darf meinen Nachnamen Musik zeigen So, dann habe ich meine Katzen Musik 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 Schreibt in die Kommentare, welches besser ist Wir könnten Wir könnten Noch ein Bild malen Einfach auf der Rückseite vielleicht Oder? Hast du noch Bock ein? Ja Aber wir machen dann das Gleiche, okay? Das Gleiche? Okay, dann machen wir... Also... Dann machen wir Glassy Ja, ein Eis Also... Glassy Ja, wisst ihr ja, was das bedeutet Also... Ähm... Falls ihr nicht wisst, was Glassy bedeutet Das ist Eiscreme Eiscreme Eine Eiscreme Wir machen... Eine Eiskugel, Digga Eiscreme Und... Wir machen mit Korne Und mit... Kugeln Ja, wir dürfen auswählen, wie viele Kugeln Bis drei Kugeln Nicht mehr Weil dann ist es schon... Ein bisschen... Also du darfst schon mehr Aber dann ist es ein bisschen übertrieben halt Mhm Ich würde sagen, bis drei Kugeln Das würde reichen Ähm... Ja, ich denke, das wäre dann fertig Hast du Lineal? Timo ist gerade am Lineal holen Okay, dann... Let's go! Okay, dann... Ja... Ich habe schon fängst das Korne gemacht Aber am Schluss mache ich noch die Details Vor allem Also... Ich mache erst... Das Bild Und dann... Schluss mache ich dann noch die Details Und so Was ist das für ein Strich, Leute? Da... Da... Oh... 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 Timo, zeig mal rein Krass... Man sieht auch ein bisschen wie Katzen So... Also es war eine Katze Hier hinten dran Ach so... Wir müssen dir ja noch sagen... Was das war Ja... Was war das? Meinst du also eine Figur Die so... Von Avatar oder was? Vielleicht... Diese Dinge die so aus Einfach... Einfach ohne Augen und Mund Quasi ein Elf Ja... Ja... Bei mir war es eine Katze Eine Katze! Ja! Wow! Miau! 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 Sorry Temja hat ne Stimme rum Ah! 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 Baby, 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 Baby-Doo. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Timmy ist gerade am Profimachen. Ich kann einfach gut. Ja, sonst wie Eis. Ja, manchmal. Krass. Ich denke, ihr ist besser, oder? Ich schätze mal. Ich kann dann sagen, welches in der ersten Runde besser ist und welches in der zweiten Runde. Ja, meine Klasse ist fertig. Tada! Ich habe meine auch schon fertig, aber ich male es noch aus. Also, Nummer 1. Welches findet ihr besser? Meins oder Timia? Nummer 2. Meins oder Timia? Ja, man sieht es halt nicht so gut wegen der Katze. Warte, vielleicht kann ich die Katze so abdecken. Seht ihr das besser? Ja. Ja, das sieht man. Nimm das in der... Ich mach das so gut. Nimm das Blatt ganz einfach. Tada! Und das ist meins. Also, wir machen es noch aus. Ich... So. Ja, vielleicht mach ich noch ein bisschen bunte Streusel bei meiner Klasse. Und nicht... Ähm... Weiße. Ist toll, sie geht eins durch. Ja. Ah! F*** Der Stift fliegt einfach. Gibt einfach... Oh... Da hat eine Wurbel. Wow! Ja. Ähm... Wir haben diese Stifte... Wir haben die vor mir. Und... Oh, ich bin gesperrt. Nein! Ich bin so dumm! Wie so hab ich das ausgemacht? Aaaaah! F*** Komm, schau mal meine Katze! Schau mal meine Katze! Schau mal meine Katze! Wieso... Wieso sind wir so da? Keine Ahnung. Wieso? Fertig. Danke. ok nummer eins klasse eben nicht beachten nummer eins ja er kann er kann ja zurückspulen und dann gucken wir es vorher ausgesehen hat ja schreibt in die kommentare wenn sie nicht deaktiviert ist von dem ersten bild welches ist besser und von dem zweiten bild welches ist besser und ihr könnt auch schreiben wenn sie nicht deaktiviert ist die kommentare wer erster und wer zweiter platz wäre oder oder ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video tschau